Servus und hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu 1954 Alcatraz. So, dann gucken wir uns hier noch um und dann werden wir an diesem tollen Dinner teilnehmen. Joe DiMaggio hat hier mit Marilyn Monroe gegessen. Es ist nicht lange gut gegangen. Er mochte es nicht, wie andere Männer sie ansahen. Brauche ich nicht. So, was haben wir hier? Galerie-Flyer? Ein Flyer für eine neue Galerie in der Vallejo Street. Waren Sie jemals auf einer Vernissage, Detective? Hab noch ein Tuch über, vom Flur streichen. Sind überall Flecken drauf. Zählt das schon als moderne Kunst? Alles nur Kleckse und Geschmäle. Naja, fast. Ich habe selbst mal gemalt. Oh, Fettnöpfchen würde ich sagen. Die Gründer haben noch hart gearbeitet. Haben Sie das Foto im Fenster gesehen? Ja, die große Eröffnung 1907. Mein Großvater war damals schon Polizist. Hatte einen riesigen Schnauzer. Seit drei Generationen bekommen wir hier schon gratis Essen. Ja, so siehst du auch aus. So, was gibt es denn? Krabben, Lachs, Heilbutt, Felsenbarsch. Alle hier aus der Bay. Wenn ich das mit heimnehme, sabber ich es nur die ganze Nacht voll. Das würde ich gerne sehen. Wenn ich das mit heimnehme, sabber ich es nur die ganze Nacht voll. Ja, hätte ja sein können. So, was haben wir noch? La Roma. Nicht gerade der einfallsreichste Name. Ich mag es direkt. Da weiß man, woran man ist. Mein Italienisch ist nicht das Beste. Kein Wort darüber an Nonna. Okay. Rotwein und Sauerteilbrot. Guter Wein. Ja, ja, ich mag ihn auch. Dargo Red. Italienischer wird es nicht. Ich hatte schon genug. Ich muss meine Zunge unter Kontrolle behalten. Okay, wir sitzen schon etwas länger. Aber bei ihm kann man, glaube ich, nicht genug trinken. Sauerteig, hm? Man sagt, die salzige Luft der Bay macht den Teig so gut. Und der Nebel sorgt für den Geschmack. So, aber da fanden wir uns was. Ich hatte meinen Arm nicht über den Tisch strecken. Grassi würde sofort danach greifen. Hm. Ich weiß, dass Joe dich betrogen hat. Äh, ja, das weiß ich. Wir Beats sehen das nicht so eng. Äh, wir sehen das nicht so eng. Warum verabreden Sie sich nicht mal mit ein paar Lady Cops? Was wissen Sie über den Überfall auf den Geldtransporter? Äh, die Kops. Warum verabreden Sie sich nicht mal mit ein paar Lady Cops? Alles Lesben. Oh, Sie mussten das jetzt sagen. Richtig. Vorurteile. Die muss man auch aufgreifen. Was wissen Sie über den Überfall auf den Geldtransporter? Christine, er ist schuldig. Verstehe das doch. Er wurde vor Gericht verurteilt. Aha, dann, ja, speigen wir einfach mal. Ja, und jetzt? Äh. Detective Grassi. Er beobachtet mich schon seit Monaten, wenn nicht Jahren. Stalker. Er konnte Joe noch nie leiden. Äh. Was wissen Sie über den Überfall auf den Geldtransporter? Christine, er ist schuldig. Verstehe das doch. Er wurde vor Gericht verurteilt. Ja, ich glaube, das Gespräch ist jetzt hiermit beendet. Sie haben immer noch meine Sachen. Ich will sie endlich zurück. Äh, sicher. Hier. Danke fürs Zahlen. Nicht so schnell. Es gibt noch Nachspeise. Äh. Ich muss los. Leute ausrauben, Eigentum stehlen. Sie wissen schon. Und ganz schnell weg. Ganz schnell. Und so. Jetzt können wir aber bei Mikis. Jetzt habe ich ja mein Kram auf dem D wieder. Wieder. So. Vertraue mal, wie wenig Verkehr hier los ist. So. Ja, ich habe alles wieder. Also. St. Peter zum Polskirchen. Ah, aber erst zu Mikis. So. Ja, da können wir ja alles noch. Wir haben aber langen Atem. Da ist zu lange zu warten. Okay. Komm, komm, komm. Da waren wir ja schon. Irgendwas Neues gibt es nicht. Dann, äh. Würden wir mal. Auf halblege alle Weise diese Tür öffnen. Ist offen. Ja. Geh durch. Hallo. Jo. Du hast heute ein dankbares Publikum. Danke. Wir haben einen neuen Pianisten. Allerdings nicht so gut wie Joe. Mhm. Mh. Da, da, ja, be, be, boo. Di, ba, da, boo. Oh, yeah. Da, boo. So. In den Club gehen? Nein. Wir kommen uns erstmal hier um. Ein staubiger, alter Koffer. Wahrscheinlich noch aus der Prohibitionszeit. Ist da noch alt drin? Er würde nur runterfallen und mich erschlagen. Ich kann nicht sterben, ohne Joe ein letztes Mal geküsst zu haben. Das geht natürlich nicht. So wirklich. Eine Rolle weiß. Wahrscheinlich von Britex. Ja. So was brauche ich nicht. Und sie wahrscheinlich auch nicht. Was für ein nutzloses Objekt. Kann ja nichts wegwerfen. Hübsche Sträuße. Von wem sind die Blumen? Ach, von irgendeinem Seemann. Die Navy scheint deine Show wirklich zu lieben. Ich klau mir eine einzelne Rose von dir. Okay? Für einen kleinen Hoffnungsschimmer und Schönheit. In einer Nacht voll Einsamkeit und Zweifel. Sag also nicht, das ist nicht drin. Nein. Danke. Wir haben eine Rose. Eine wasserdichte Handtasche. Die Tasche ist so gut wie leer. Sind das ernsthaft goldfischförmige Cracker? Die haben alle irgendwie ein Fischfetis hier. So. Äh. Den alten Koffer hatten wir. Ja, nein, vielleicht. Eine Truhe mit Reiseaufkleber. Ne hat man noch nicht. Weit gereist. Ja. Noch so eine Haarnadel. Ja, davon brauchen wir wohl einige. Äh. Es ist riesig. Vielleicht gehört es zum Drag Act. Das ist viel zu groß für mich. Und ich wusste auch nicht, ein wenig es verticken könnte. So. Schöner Stoff. Chinesische Seide? Nicht gerade ideal für ein Meerjungfrauen-Act. Ich liebe es, Stoffe zu berühren. Die attraktive Club-Nixe. Was gibt's Neues? Gehst du immer noch in der Bay schwimmen? Klar. Die Kälte stört mich nicht. Wasser ist mein Element. Wer hätte es gedacht. So. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Ist dein Käpt'n heute da? Hm. Was weißt du über Alcatraz? Kannst du dich um meine Katze kümmern? Äh. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Nächsten Monat geht's die Küste runter. Wir sind eine reine Frauenband. Komm doch mit. Du könntest dich um unsere Kostüme kümmern. Jetzt hängt alles nur noch von meinem Vertrag mit Mickey ab. Falls ich dich aus dem Vertrag auslösen kann, versprich mir, dass du für Joe und mich da bist, wenn wir dich brauchen. Klar. Uhu. Die können wir schon mal freikaufen. So. Ist dein Käpt'n heute da? Nein. Er fischt mal wieder in der Nähe von Alcatraz. Ich treffe mich später mit ihm am Pier. Du solltest mal mit uns segeln kommen. Du bist doch früher gesegelt. Hm. Okay. Ich glaube. Äh. Was weißt du über Alcatraz? Im Sommer gehe ich da immer fischen. Überall boien. Wenn du zu nahe herankommst. Peng! Aber bei dichtem Nebel kommt man schon sehr nah ran. Meinst du, man kann dahin schwimmen? Wohin? Von Alcatraz ans Ufer. Klar, sicher. Vor Jahren sind ein paar Mädchen von der Insel aus an Land geschwommen. Interessant. Äh. Was gibt's Neues von Mickey? Was gibt's Neues von Mickey? Er hat Geld unterschlagen. Gibt mächtig Ärger, wenn er es nicht ersetzt. Wenn die Mafia davon Wind kriegt, nehmen die ihn aus wie einen Fisch. Interessant. Hm. Kannst du dich um meinen Kater kümmern? Oh je. Ich hab noch Angst vor Katzen. Sie lecken immer an mir rum. Ha! Wusste ich's doch. Du bist wirklich eine Meerjungfrau. Hahaha. Irgendwie verstörend. Bis später. Dieses Bild. Hm. Ja. So. Ab in den Club. Hallo? Wer bist du denn? So empty when I'm without a you. Hier ist jemand, mit dem du reden solltest. Ich glaube, er arbeitet mit Joe zusammen. Ist ja voll. Es gibt da diesen Häftling, der für mich arbeitet. Letztens haben wir ihn in die Isolationshaft gesteckt. Der einzige Insasse, der überhaupt was gebacken kriegt. Okay. Kennt seinen Platz. Meistens jedenfalls. Ja, aber... Es ist Sache des Gefängnisdirektors, ihn rauszulassen. Der Direktor muss die Anweisung geben? Er muss einen Antrag unterschreiben. Dreifach. Und er ist die nächste Woche nicht da. Vielleicht kann ich helfen. Wie sieht so ein Antrag aus? Ähm, ich hab zufällig einen dabei. Ganz zufällig. Ich hab vergessen, ihn das unterschreiben zu lassen. Und wir kennen jemanden, der Kartografie kann. Zwinker. So. Das ist Bee. Das Gesicht des Clubs. Und eventuell Joes Geliebte. Sie sieht ganz schön fertig aus. Joe ist nicht da? Er war's nicht. Hi. Bee. Wie läuft das Geschäft? Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Hallo? Ich wollte aber noch nicht... Das wollte ich noch gar nicht. Äh... Irgendein betrunkenes Mädchen. Wie weiß man die? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die habe ich auf der Fähre nach Alcatraz gesehen. Aber die hat gut gemischert. Geht's Ihnen gut? Ich bin okay. Danke. Wenigstens sind wir nicht auf dieser fürchterlichen Insel. Welche Insel? Alcatraz. Ich wollte nur mal eine Nacht lang raus. Er hört und hört nicht auf, von der Arbeit zu schwafeln. Die versteckten Messer. Die kaputte Waschmaschine. Der Typ, den sie in Isolierhaft gesteckt haben. Der Typ, den sie in den Krankenflügel verlegt haben. Und mir sagt er... Ich soll mal ausnüchtern. Rede mit meinem Mann. Der erzählt's jedem, der's nicht wissen will. Ja. Okay. Aber erst mal zu Bee. Stimmt irgendwas nicht? Stimmt irgendwas nicht? Ich hätte niemals das Bild machen sollen. Mickey hat es mir in der Garderobe aus der Handtasche geklaut. Von Joe? Was? Nein. Von dem Priester. Von St. Peter and Paul. Den fand ich immer schon etwas gruselig. Ich kann nicht drüber reden. Was hat denn der Priester jetzt wieder zu tun? So. Wie kann ich Mickey ausschalten? Was geht zwischen Mickey und Goldie? Der Nix? Kannst du dich um meinen Kater kümmern? Fragen wir jetzt die Hiden, ob der sich um diesen Kater kümmern kann. Okay. Was lief zwischen dir und Joe? Wie fast zwischen dir und Joe? Wir werden ihn nie wiedersehen. Du kannst es mir erzählen. Nein, da lief nichts. Du standest unter Eid. Du hast geschworen, den Morgen des Überfalls mit Joe im Bett verbracht zu haben. Nein, für das Alibi hat er mich bezahlt. Wir hatten nichts. Er hat tatsächlich den Panzerwagen geknackt. Ich habe eine Affäre mit Dale, nicht mit Joe. Ach so. Okay, danke. Also hat er mich zwar nicht betrogen, ist aber schuldig. Wie lange dachtest du schon, dass er und ich... Erst seit heute Nacht. Ja, ähm... Was hat dir Joe sonst noch über den Überfall erzählt? Mickey steckte auch mit drin. Das war kein Ein-Mann-Job. In der Nacht vor dem Raub sah ich sie Wäschesäcke aus Mickis Büro tragen. Wussten eigentlich alle davon außer mir? Scheinbar. Ich wusste natürlich auch, äh... Ja. Wie kann ich Mickey ausschalten? Er hat mich zu lange herumgeschubst. Sieh dir mal den Safe in seinem Büro an. Ich habe auch die Kombination gesehen, aber die ändert er jeden Monat. Die hast du mir natürlich jetzt aufgeschrieben. So, äh... Was geht zwischen Mickey und Goldie? Der Nixe. Der Junge ist besessen von ihr. Genauso wie von ihrer Mutter. Jeden Abend hängt er vor ihrer Garderobe rum. So, so. Kannst du dich um einen Kater kümmern? Ich ziehe in eine andere Wohnung, wo Haustiere nicht erlaubt sind. Ich warte auf einen Anruf von Live. Bin vielleicht auf Fotoreise. Wenn Mickey mich lebendig gehen lässt. Okay. Ich muss los. So. Äh... Wir gehen wieder in den Saal. So, jetzt gehen wir erstmal... Wer sind die anderen da? Also, das ist Mickey. Sein Schläger. Dann sieht das nicht. So, und... Die Sänger haben wir. Ein weiteres aufstrebendes Sternchen aus North Beach. Nicht mehr lange und sie geht nach L.A. Sie hat gerade keine Zeit für einen Plausch. Einfach zwischenreden. Hört ja eh keiner zu. So. Äh... Maze. Komm. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Großer, farbiger Kerl. Guter Mechaniker. Ich kann ihn schinden, wie ich will. Der beschwert sich nicht. Der redet doch von Joe. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Großer, farbiger Kerl. Ich kann ihn... Boah, das ist ja zu. Er sagt immer nur denselben Satz. So. Ähm. Dann... Tatschen wir mal den Schläger an. Ansprechen können wir ihn wohl nicht. Lieber nicht. Er würde nur meinen Arm brechen. Äh... Okay. Dann reden wir mit Mickey. Hey, Boss. Hattest du Schwierigkeiten reinzukommen? Nicht wirklich. Es gibt Neuigkeiten. Spuck's aus. Können wir unter vier Augen reden? Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Dort können wir ungestört reden. Ja, auf dem Büro. Wo der Safe steht. An den ich natürlich nicht rankomme. Ohne Kombination. Ich stehe lieber. Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. Und was? Äh... Lügen oder die Wahrheit sagen? Äh... Das ist... Komm. Nee. Äh... Joe hat die Expresso-Maschine im Café Napoli repariert. Joe hatte Kontakt im Chinatown. Ich habe auch gehört, dass Joe etwas im Park vergraben hat. Über etwas anderes reden. Äh... Joe hatte Kontakt in Chinatown. Joe hatte Kontakte in Chinatown. Unter dem alten Barbary Coast-Viertel gibt es eine Reihe von Tunneln. Ausgebrannt und eingestürzt. Nach dem großen Feuer von 1906. Zumindest glauben das die Cops. Gefällt mir. Hast du noch so eine Geschichte? Äh... Lügen. Joe hat die Expresso-Maschine. Joe hat die Expresso-Maschine im Café Napoli repariert. Dabei hat er herausgefunden, dass das Café früher eine Bar war. Und dass es während der Prohibitionszeit einen versteckten Tunnel gab. Da ist das Geld jetzt. Aber diese Café-Leute könnten nie so ein Geheimnis für sich behalten. Ich wüsste davon. Äh... Lügen. Sagt die Wahrheit, wenn ich es hätte, warum wäre ich dann hier? Der hat doch noch gar nicht behauptet, dass ich es hätte. Ähm... Lügen. Lügen. Ich habe auch gehört, dass Joe etwas im Park vergraben hat. Komm. Wenn, dann erdreißen wir uns und ziehen das bis zum Wittgenende durch. Ich weiß nicht, dass Joe etwas im Park vergraben hat. Joe hat mir außerdem eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen. Ich dachte, es ging um eine Uhrzeit. Irgendwas mit Minuten und Sekunden. Ja, ja. Es geht um Längen und Breiten gerade. Ja. Vielleicht. Weißt du, es gibt Magazine, die würden dich für so einen Schund bezahlen. Ich aber nicht. Wenn du mir nicht bald das Geld bringst, lege ich dich um. Äh... Wenn ich es hätte, warum wäre ich dann hier? Wenn ich es hätte, warum wäre ich dann hier? Weil ich deinen Mann umlegen lassen könnte. Äh... Scheiß auf ihn, tu es. Das könntest du. Scheiß auf ihn. Tu es. Äh... Irgendwie kaufe ich dir das diesmal sogar ab. Er hat mich im Stich gelassen. Du hast mir zum ersten Mal die Wahrheit erzählt. Mir ist egal, ob er überlebt oder stirbt. Ich will ihn nie wiedersehen. Bevor ich ihn loswerde, glaubst du, er weiß noch was? Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber ich darf ihn ohnehin erst in einem Monat wiedersehen. Gibst du mir einen weiteren Monat? Tut mir leid, Schätzchen. Die Deadline gilt auch für mich. Schau, was du noch rausfinden kannst. Hab ja zugehört, er hat so ein paar Mafia-Probleme. Das ist Miggis Büro. No speech. Ich muss mit Miggi reden. Ist nicht drin. Er ist in seinem Büro und desinfiziert es. Er ist sehr gründlich. Wird eine Weile dauern. Äh... Okay, ich möchte da, glaube ich, gar nicht ausweilen. Ähm... Und meinen Jungen-Kleider. Vorher nach North Beach zurückgehen. Bis wann anders mal in die... ins Büro. Hey Christine! Willkommen zurück, Christine! Ja, willkommen zurück. Siehst gut aus. Bis später! Okay, das hatten wir schon alles. Ähm... Dann gehen wir... in den Kloppen dann, North Beach. Gehen durch den Haupteingang raus. Da steppt ja der Bär. Ich kann verstehen, warum die Leute so lange davor warten. So. So viel weiter bin ich jetzt nicht. Ich kann natürlich jetzt zu St. Peter und Paulkirche. Aber... Ich glaube, ich gehe erstmal zu Viv's Apartment. Und gucke, dass ich die Unterschrift draufkriege. Aber dafür bräuchte ich ja eigentlich ein Muster. Oder geht das ohne? Ist sie noch da? Ja... Sie ist noch da. Schön, dass du mich besuchst. Ja. Äh... Was soll ich als nächstes machen, Viv? Äh... Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Was machen wir denn so? Ich kann mal hier die Safe-Kombination einzelner Formular... Wenn der Direktor unterschreibt, kommt Joe aus der Isolierhaft. So. Kann ich das so wievien gehen? Da muss die Unterschrift vom Gefängnisdirektor drauf. Und warum denkst du, dass ich die richtige Frau für den Job wäre? Schön, dass du mich besuchst. Ich verschwinde mal. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. So. Ins Restaurant. Bevor ich jetzt mit Joe weiterspielen kann, muss ich erstmal diese Unterschrift da draufkriegen. Also. So. Café Napoli brauchen wir nicht rein. Dann werde ich wahrscheinlich wieder verhaftet. So. Leckert was Bier. Also gehen wir mal in die Küche. Ach. Unser Freund. Abgeschlossen. Habe ich meine Ausrüstung dabei? Abgeschlossen. Ja, habe ich dabei. Aber da steht ein Korb direkt neben der Tür. Stalker. Ich sag's ja nicht gern, aber. Stalker. So. Ich glaub, wir gehen da mal rein. Tür ist ja zufälligerweise auch doch offen. So. Ich dachte, ich hätte die Tür vor fünf Minuten zugemacht. Ich, ähm, ich hab was zu beichten. Das glaub ich. Wie läuft der? Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Ja. Ich stehe auf diesen Typen. Ich bin in ein paar Häuser eingestiegen. Ich fluche gerne. Sehr weit mit Häftlingen richtig. Ähm. Ich fluche gerne. Man muss sich ja irgendwie ausdrücken können. Nur muss da nicht die ganze Stadt daran teilhaben. Ja. Macht doch keinen Spaß. Äh, ich stehe auf diesen Typen. Ich stehe auf diesen Typen. Er ist... Nur weiter. Ach, was red ich da? Es geht niemandem was an. Der Sinn der Ehe ist... Und jetzt kommt's... Zusammen zu leiden. Check. Jawohl. Ähm. Ich bin in ein paar Häuser eingestiegen. Mit offenen Armen bat er sie in sein Haus. Aber diese Finger sollten nicht zu lang werden. Man soll nie mehr nehmen, als man braucht. Ja, also ist das ja gerechtfertigt, was ich mache. Ich nehme ja nur, was ich brauche. So, äh... Sie arbeiten mit Häftlingen. Richtig. Auch Ihre Seelen haben es verdient, gerettet zu werden. Es ist nur... Ich möchte meinem Mann etwas geben. Aber die Post wird zensiert und unsere Gespräche werden immer belauscht. Was machen Sie denn auf Alcatraz? Ich biete den Häftlingen ihr Seelenheil an. Außerdem gebe ich dem Gefängsdirektor regelmäßig eine Liste mit erbaulichen und angemessenen Filmen. Ähm, ich, ähm, helfe bei der Zensur von Briefen und Zeitschriften. Also lesen Sie meine Briefe an Joe? Ähm, ja. Wir mussten die meisten von Ihnen zensieren. So, was denken Sie über die anderen Gefangenen? Was denken Sie über die anderen Gefangenen? Harte Fälle, Berufsverbrecher, kaum einer will sich ändern. Ihr Ehemann hat aber noch Hoffnung. Der gibt nicht so leicht auf. Macht er nie. Irgendwie ist der mir sehr suspekt. Bisschen eklig. Vielleicht. Er geht in die Kirche? Er verbringt gerne Zeit allein, um nachzudenken, aus dem Fenster zu sehen. Er beginnt langsam, sein Herz zu öffnen. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich bin immer noch hier. Reicht der? Er ist kein Mann vieler Worte. Ja. Er kann besser mit den Händen. Das ist jetzt zweideutig. Danke, Vater. Und nun tue Buße, mein Kind. Ähm. Erbarme dich meiner. O Herr. Der du da bist. Bist. Im Himmel. Deine Sünden seien vergeben. Geh in Frieden. Amen. Jawohl. Amen. So. Was haben wir denn hier noch? Ein sicheres Fenster. Da kommt keiner durch. So. Viel Handarbeit. Ich frage mich, was die Künstler motiviert hat. Cash oder Karma? Und mehr Cash. Ich wünschte, es gäbe wirklich Engel. Aber in dieser Welt müssen wir uns wohl selbst retten. Ja. Dafür sind wir ja da. Echte Bibel. Sieht alt aus. Ist wohl eine Erstausgabe. Die könnte ich gebrauchen. Sieht wertvoll aus. Können wir mit dem Rediger noch mal reden? Ich brauche ein paar Infos von Joe. Können Sie ihn was von mir fragen? Leider nicht drin. Da werden Sie wohl bis zu Ihrem nächsten monatlichen Besuch warten müssen. Gibt's doch nicht. Möge der Herr Ihren verwirrten Verstand segnen. Sie sollten es mal mit etwas Pott versuchen. Alter Junkie. Wahrscheinlich der Verdickter hat wahrscheinlich noch. Obwohl, dann hätte es mir ja wohl angeboten. So. Wo gehen wir jetzt hin? Da waren wir. Miggis. So. Da kommt was. Hier. Gehen wir einfach noch mal in unser Apartment zurück. So. Jetzt sitze ich ganz auf dem Bett. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Mäu. Ja. Okay. Also, wir haben eine Bibel. Sieht alt aus. Ich frage mich, ob die Lower Dabs Interesse an einer schicken alten Bibel haben. Die Kombination zu Miggis safe. Wenn B denn recht hat. Das werden wir dann sehen. Joes Plan für ein Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Wir wären jetzt natürlich nicht gerade zu Hause und fragten sich, wann ich mit der Miete... Sutter hängt normalerweise im Café. Ja, Café ist aber dicht. So, aber bevor wir uns weiter auf die Suche machen, war es das jetzt auch schon wieder. Aber abschließende Wort gebührt der Katze. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Mäu. Und damit bis zum nächsten Mal. Und damit bis zum nächsten Mal.